wieder oben mann ne spaß herzlich willkommen bei den wappen erzählen ich hab vier punkten gespielt und ich war einfach gewicht wir sind ready jetzt stolz und dann startet das stadt ja genau die attacke 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 das ist mein markus streicher hat marcus streicher marius markus streicher zum streicher das passt marcus streicher leute ich bin nervös so wenn jemand einen fehler macht dann gibt es echt erleben mir tue ich mir selber weh attacke 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 ohne schon drin mit dem neuen dinge hier muss ich noch mal klarkommen jetzt ohne wird oben server gesaved ohne cockpit draußen gesaved warum habt ihr schon zugekesselt deutlich muss doch das mirrorfenster machen ich hab doch noch ein diff lauf hängts schon wieder an ich krieg nen flipper hau es da die du da auch was dankeschön da ist irgendwo ne drohne ja sonst keine dings ist max ich bin hier ne ich bin hier auch ähm mira du musst ein bisschen mit mir reden ne daniel ja ja alles gut ja ja ich rede schon ich bin schüchtern also hier ist bug gucken wir ja das ist nicht schlimm oder sind an der hauptür ich weiß nicht genau das könnte ja tätert ja genau an der türkante lushert er aber da macht auch jemand noch am fenster rum also ich weiß nicht ob die mit gläß spielen und ähm was ist glatt da ich jetzt genau das könnte ja ne nade war das jetzt ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben ähm ja die sind alle hier ziemlich hier vorne am haupten wie viele sind das kannst du das sehen ähm drei mindestens würde ich jetzt schätzen ja also zwei sind hier nicht schöne lüx lüx pass auf zwei leute sind hier nicht ne äh techa ist mittig techa ist mittig jetzt ich seh noch nicht ganz ob er rein ist ja jetzt kommt die äh hat sich das ding aufgekriegt mein schild steht noch äh nochmal ein jetzt täter mit vorne dran nicht sein ne ne ich guck mal weiter in die tür so küche ist ruhig das kommt blend ich bin geblendet ah ne jetzt smoke smoke ich bin nur wichtig zu kessel gewendet ich smoke davon jetzt zu ja die sind im gang im gang im flur im flur ich weiß nicht ob du getroffen wirst ich hab scheiße geworben ich bin geblendet hab ihn sehr schön verteidigt jungs aber die kommen nicht rein ne ich hab nicht mal den kill bekommen bei mir ist null bei mir fragt auch schon wieder die anzeige 100 hast du ja jetzt steht es bei mir bei mir war es vorher alles weiß keine ahnung gewinn dich mal bitte ein paar wichtige calls äh nur zu nennen so okay sorry genau also ja alles gut nur nicht zu viel reden ne also versuch alles alles ein bisschen kürzer zu fassen ne ja und so sachen so kleinere sachen einfach wegzulassen alpha thatcher vorne sagen und oder und so ja ja schön sonst oder drei leute und so weiter oder links rechts ja aber es kommt alles ich möchte da gegen kopf haben wir noch gut gespielt wusste gar nicht wie reinkommen sollen machen wir es so wie immer oben unten na klar hinten rein ähm dann meine drohne gleich pressebereich b ja spielen auch mit mute oh kann man mit deiner äh fritz mal da jetzt kann man mit deiner drohne cockpit dann von oben bitte Robert du dürft ihr auch weiter oben ne andere Richtung also ich gehe auf jeden fall oben ja ja dann misst ähm äh einer muss dann vorne einer von euch beiden und Maxi muss oben drohen und einer muss mir unten drohen ja ich bin unten im pressebereich b ok denn Maxi muss oben drohen für die ja ich bin auf dem weg aber hier ist mute schon an der treppe ne doch nicht ich fahr durch hinten ne du musst von oben halt fahren ne ja ja ich fahr zum ich fahr zu der luke auch cockpit scheint frei und jetzt fahr ich zur luke so pressebereich ist frei pressebereich A auch Moment ich bin gleich da Deluxe Personal auch ja also ist safe ja hier sind ja fünf du musst vor mir fahren ok einfach nur wieder zurückfahren im VIP im VIP Schlafzimmer sitzt der Jäger du machst so eine Hilfe er läuft zur Küche ne er läuft nach oben er läuft AATTO 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 jawoll alles cool du kannst den Jäger abs Brawl Bank hier er ist da genau hinter dieser kleinen Wand meine Drohne ist weg Drohne weg ich Drohne Deluxe er war bei der Küche an der kleinen Wand auf jeden Fall ich geh in der Perso Tür die Drohne ist Dauer an bin ich bei Robert machst du mal eine Luke ja Küche safe komm dir nochmal entgegen mit der Drohne ich weiß nicht wo der Jäger ist so unten nochmal rein alles cool so nochmal rein Küche haben wir Mutes sind ne sonst ist Küche Küche und unten ist safe ich drobe erstmal Küche Jäger Jäger ich hab ihn erst oben erst hier im Gang im Gang hockt er ne Nate wär cool irgendwie sowas oder so wo ist er denn? genau im Gang steht hier in dem Gang hier werfen wir ne Nate da durch Minute wir müssen jetzt Küche arbeiten ja ich mach auf Joppa ist auf gut der hat sich verzogen Hedger ja ich bin falsch gelaufen man war mein Problem weil ich zu lange gedrohnt war alles cool alles cool jo komm hier unten hoch kannst hier hoch kommen guck mal hier sitz mal ja ja mhm ich gehe gegen Hedger also schließt euch mal die Tür auf oder ich kann das hier aufziehen ja mach mal dann mach da auf geht auf geht auf 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 Hibana ich bin drin wow Mute 5 oh Mute oh Alter 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 bin ich gerade mein Controller What? Alter 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 was war das denn Robert kannst du auch Sachen aus dem Fliegen rausschneiden? das wäre sehr schön Alter Schede Äh Jungen Junge Ich habe das gar nicht gemacht eigentlich habe ich alles gut gemacht aber ich war Tut mir leid ich war das gierig ich bin einfach nur Robert hinterher rein pusht richtig schlecht von uns ja und feide wie laufen die bären von zwei leute haben wir dafür nicht eigentlich passiert oder sowas die runde war hart unnötig mann darf nicht passieren so oben bleiben smoke jäger beendet ja ich schmeiß nur die käme und hau dann wieder ab ich muss noch rein der muss noch das zweite ding sein oder das niller ging es und nicht ich habe auch so ein afro ist unten gepackt Ja, ist egal. Ich krieg's nur einen Schritt. Nix rum. Bislang noch nix. Flieger, hast du hinten Stacheldraht gelegt? Dropper bei mir komplett ruhig. Back unten Frachtraum. Zwei Leute Frachtraum. Gesundheit. Vielen Dank. Schau mal kurz Drohnen. Scans. Oben bei dir am Job ist nix, Robert. Da sehe ich auch nix. Das kommt auch nix. Das kommt auch nix. Letcher down. Warte, die Kämme für das Kabinenpersonal ist gerade auf, ne? Fuck down. Ab Ash. Ja, ist mir ja gar nix übrig. Die Ash hat sich nicht mal um... Ey, die Ash hat sich nicht mal umgedreht und guckt doch, ob ich hinter ihr mir... Ah, Termite ist noch da. Boah. Unter dir Termite noch. Ivan hat auch mies gekrissen. Die Ash hat sich nicht mal umgedreht und guckt, ob hinter ihr mir... ...Mira-Fans selbst. Ja. Max, du bist irgendwie mies leise. Ja, du bist sehr, sehr leise gerade im Spiel. Ja. Ne, ist der Bucket-Account, das war eben an der Party auch schon. Ja, deswegen. Tja mal, ich nehme wieder Thatcher, ja? Und diesmal laufe ich direkt bisschen hinterher, bevor ich anfange zu drohen, weil... Und park mal deine Drohne am besten jetzt gleich oben schon. Damit du nicht Cockpit lang drum musst, sondern filmst nur am Dropper. Also wo wir reingehen. Okay. Und da fängst du an. Und da musst du nur sagen, die erste Call ist halt immer... Du sagst erst dann was, wenn du was siehst. Mhm. Und wenn du bis zum Cockpit bist, sagst du Cockpit frei. Und der Rest bist immer dann. Sind nicht unten. Sind also auch VIP. Ja. Wenn wir oben ganz schön gegenseitig sind. Alle oben. Dann ist jetzt anders angehalten. Die selben Leute, die vorhin unten sind... ...kommen Cockpit. Das heißt, die beiden Pusher hinten am Dropper. Die anderen drei richten Cockpit. Aber einer der Cockpit ist... ...muss den Pushern drohen. Die haben hinten aber zwei Wände nicht verstärkt. Vom Presse zu Perso, zu dem einen Dropper. Die zwei haben sie nicht verstärkt, die wir verstärken. Ja, wir müssen aber von oben angreifen. Ja, ja. Ja, der Attacher muss einmal vorderungen dann bitte. Darf ich erst hoch oder soll ich jetzt schon erst machen? Wie du willst. Ich mach erst und dann kann ich jetzt... Meine Drohne ist gedowned. Also ich hab keine Drohne mehr oben. Mhm. Komm mit dir mitmachen. Der Fall. Die Simo oder die Drohne. Ich werde gleich kurz eine rein Deluxe. Ja. Oben. Ja, aber du bist eigentlich stärker. Cockpit ist frei. Ja, starre Draht auf jeden Fall in der Mitte einmal. Stell'ne Drohne ab, okay. Dann haben wir den Jäger hier. Mit 1 AVS nur. Und meine Cam ist runtergefallen, Robert. Also ich kann zwei Dings zu surfen. Flash. Und dann kannst du den Hater in die Ecke mal ballern. Oh, gleich wieder down. Naja, der ist da oben. Keine Angst, der ist da. Ich darf zwei Flash. So ein Cockpit drin, okay? Was wir euch machen? Ganz geradaus durch. Ist nix. Ist nix. Bis zu den Jumper. Na, gut. Zum Problem ist... Ja, kam Treppe hoch. Scheiße. Gar nicht so weit. 1, 2 HP. Cockpit. Probier mal. Wo ist er im Cockpit? Ne, nix. Cockpit Treppe. Ne, stopp. Verlieren Zeit. Lass uns unten rein. Lass schon. Ich bin drin ist schon, Robert. Der Jäger ist auf Pink. Er liegt auf dem Boden. Ich geh unten rein. Glück. Ich geh... Warte. Ah, okay. Ich komm mit. Nee, ich komm mit zu dir. Job auch. Hab'n Jäger. Mach mir unten die Tür aus, oder? Ich bin hinter dir, der Lüx. Ich hab die Cam hinter dir. Kann dir alles anhalten, als hier einer von hinten umläuft. Ja, mach die Dropper. Robert, dein Luke nicht gemacht. Kannst du aufmachen. Die Lüx hier war von Benne mit 2 HP auf der Treppe. Auf der Treppe. Mann. Komm, Bro. Ich geh noch hinten rein. Hm. Wo seid'n ihr runter? Die Leiter? Ich komm da raus. Ich komm da raus. Nicht reinlaufen, ne? Ich versuch mal die Ranz hier auf. Haben wir Thatcher? Thatcher? Ja, ich bin... Komm runter. Ich bin da bei euch. Wo? Hier. Bing. 30 Sekunden, ne? Ja. Aim. Bring du hier ab. Ich geh nach oben nochmal. Ich hatte wirklich 2 HP. Ey, das gibt's nicht, Alter. Brennet hat mich unten. Oh, Mann. Was? Links in der Ecke? Hart links. Dreh doch da rein. 10 Sekunden. Denk dran das Bereich. Und die haben auch noch Bärenballen. Ja. Das hat grad nicht gepasst mir das. Irgendwas waren wir falsch immer. Die haben uns nicht so viel Zeit gelassen. Ich weiß es nicht. Ich schaffte darauf nicht mehr. Ja, ich hätte den ziehen müssen. Ich hab halt... Eine Kugel daneben gesetzt. Kommt mir das. Ein Fehler ist okay. Der zweite hoch. Und das darf nicht passieren. Wieder mehrer nehmen. Das andere. Das war das gleiche Ding. Immer das gleiche. Wir haben uns einfach hüten. Ach stimmt. Jetzt können wir ja wieder Besprechungszimmer. Hätte ich mal die erste Runde nicht so verhängt. Ey, ich weiß nicht. Ich finde verteidigen viel einfacher wie hier angreifen teilweise. Ja, wir waren jetzt wieder ein bisschen zu zögerlich, ne? Ich hätte doch den Bandit eigentlich ziehen müssen. Max auch. Wir hätten hinten so... Sie haben ja Reporter komplett aufgegeben. Wir hätten da so schnell reingehen können. Das Problem ist halt, wenn sie von oben spielen ist halt... Nächstes Mal gucken wir Jungs einfach, ob die... die Dropper gezogen haben oder ob die die auch haben, okay? Hm. Eben taten sie sie zu, oder? Ja. Einer. Auch einer. Einer war. Dann richten wir uns nach dem Blocker, der nicht gezogen ist, welchen Spot wir angreifen. Was ist denn noch offen? Noch schon? Ja. Pass bitte auf Glas auf. Na, deswegen Achtung. Die Tür wieder. Dann erstmal in den Camps. Die Tür wieder. Dann erstmal in den Camps. Oh Mann. Flash kam rein. Ja, jo. Eben noch alle Camps. Noch eine. Ähm, Hibana macht bei mir hier, ähm, Attacke. Ja. Ja. Mirra fans da kaputt. Einfach nicht picken, einfach nur... Nicht zeigen. Jetzt nicht mehr zeigen. Das geht jetzt weiter. Ich bin noch in den Camps. Ich mut... Ja. Ja, ist klar. Ja. Ja. Drohne. Smoken. Noch keiner drin. Ich sehe noch auf der Gangcam, ob einer reingeht. Jetzt wird Stacheldraht gemacht. Glass kommt rein! Barner down. Er ist noch vorne. Ja, das ist ein Witz mit Glass, ne? 1hp. 1hp. Ja, ist noch vorne. Ja, es ist ein Witz mit Glass, ne? Glass hat 15. Einer durch. Er ist durch. sie den gläß so durchs gesicht brauchen wir einen täter nehme ich wieder mit ich nehme diesmal ein termite stecken die iq pushe aber trotzdem unten durch das meine wiederpresse berechtige hibana und termite ich dachte wir hätten mal gesagt dass wir immer nur ein von beiden ok gut ich verletze ich mal kann walten über die tür rein und das hat uns halt ja das stimmt das richtig auf spots wo man halt auch jobber macht zum beispiel mit der miet auch noch zusätzlich arbeiten muss ich hab meine deluxe ich habe die cam nur hier hinten weil ich die direkt einsammele björn jetzt lass uns bitte mal diesen angriff durchbringen ich habe keine ja ja küche alles frei ja ja alles ganz vorne bis zur küche ähm hier jäger direkt um die ecke da meine drohne down ja auf der rechten seite genau linke seite ja ja immer noch hier liegen und dahinter aber auch noch einer shit man war oben mit der drohne oben zwei leuchten ja das treppe wendet wendet und jäger war auch oben ich ziehe jetzt nicht hinter und den jäger weg mir noch was der ist nicht unten der ist noch oben hab ich schön ja ich bin schon auf dem weg ich bin bei euch hast du dropper aus jörn dropper küche aus ja der dropper ist nicht verstärkt äh kannst du aufmachen äh sledge sledge hast du gehört dropper kommt es ok oh sorry küche ist frei yo gang ich hab auch noch eine drohne dann habe ich nichts gesehen drohne auch noch mal on-spot brauche keine drohne mehr brauche gleich einen tatscher unten schaffel gerade im gang ist schon enge schaffel gerade ja setzt noch ein mute an setzt noch ein mute an nochmal tatscher noch mal oder wenn nicht dann darf ich ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht einer ist auf jeden fall im dip es geht auf ne geht nicht oder doch diese blieb ich auch äh mit mute mit mute mit mute jetzt noch nein die echte ten ist weg jetzt jetzt habe ich keine mehr keine tatscher mehr ich habe jetzt dreimal getächt 20 20 20 nicht müsste attacken push ein bisschen pass auf die bären fallen auf ach sorry ich push auf block oh shit da hätte ich mich nicht mehr gezeigt sorry dass ich die hibane angeschossen habe ich hatte auf loch geämpft jungs so war das doch gut äh deluxe die eine hat einfach aufgehört zu zünden und wenn ich die zünden wollte wieder habe ich eine neue termite ladung raus geholt war komplett verbuggt als wäre die abgefangen worden aber die war halt da man weißt mhm also deswegen musste ich die kaputt machen ach das ist hier gar nicht wie bei ranked oder was dass man vier bis sechs und dann also es gibt es fünf beziehungsweise maximal acht runden also 44 ist auch möglich als unentschieden ja oder halt wenn der erste fünf runden gewonnen hat und nach zwei maps werden die kompletten runden zusammengezählt ok so nach hause bringen jetzt männer das aber wir ziehen beide maps durch ne ja 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 egal ob wir die erste ey 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 ich komm nicht durch ich muss meine wände ziehen ja ganz ruhig ich mache jetzt erstmal zuerst die rechte ok ich mache jetzt erstmal zuerst die rechte das ist immer richtig spät dran war stark danke max küsschen immer gerne ich bin erstmal in den cams ich habe angst ich werde gleich sowas von class geholt aber hat auch nicht flügel einer safe kommt über flügel noch einer flügel noch einer flügel drei termit auch drei leute flügel ja die kommen eben noch von oben cockpittreppen abflügel pack termite auch noch da einer durch du kriegst den pion oder wenn der kommt es müß ist nichts echt durch küche glaube ich müsste das dann sein ja küche küche durch vielleicht runter ich glaube sie geht Richtung besprechung ich weiß es nicht irgendeiner piekt da ich gehe wieder ein bisschen weg ich guck wieder ein bisschen weg ja er ist hier thatcher auch zwei leute jetzt küche aber mit clays deluxe mit clays du kannst nicht über küche kommen die bahner da auch drinnen ah einer piekt hier an der tür ich droppe hinten runter ich unterstütze euch ach er hat ach man 10 prozent höchstens noch ich lasse aufgehen sehr schön was er stirbt nicht flügel flügel ja er injert mich vom flügel bullshit alter 100er ping man claymore was ich kann nicht weg 1 hp 3 hp 3 hp 3 hp schön ey ey ich hab noch mädchen auch gehabt starte runde deluxe und max schön gemacht soll ich euch mal einen clip machen für die runde für die leute unten in der küche das war auf jeden fall richtig krass ohne mist also ich hab drei oder vier mal den eigenen headshot gegeben unten in der tüchentür ich dem termit auch jedem jedem als er am flügel reingepiekt hat drei oder vier stück waren locker drin ja der termit auch als der flügel rein das hat auch einen gekriegt aber schöne jungs schöne runde deluxe ähm jetzt naja ist schon kosten stark und die lobby packt also vom So. 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 Kurz ein neue Lobby machen. Problem scheint immer noch nicht behoben. Von Ubisoft. Vielen, vielen Dank dafür. So. Oh, ein Schluck vom kalten Monster hier. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich habe mal eine neue Lobby gemacht. Die ist leicht rumgespackt. Leicht fand ich. Ich war schon glücklich, als sie in der ersten Sekunde auf die andere Seite kam. Ja, das war es dann aber auch. Das habe ich erst überhaupt nicht gedacht, was da los war. Was ist denn jetzt hier los? Keine Ahnung. Bei uns allen war Startbüttchen. Ja, vor allem, ich mache jetzt eine neue Lobby. Und dann joinst du mir in den Trupp und die Lobby geht wieder kaputt. Okay. Hast du auch noch schon neu gestartet? You will be able to create a new dedicated server game in four minutes. Alter. Ich flipp aus. Was heißt jetzt? Erstmal in der Party, dann können wir quatschen zusammen. Ja, ich gehe mal auch kurz Party-Chat. Ja, ich kann leider noch kein neues Spiel auf den Server machen. Okay. Oh Mann, ich sag's dir, ey. Rainbow halt. Diese Lobbys, ne? Ja, absolute Kraus. Ja. 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 kommen wir nicht so richtig in die chatte es in solche kex zwei minuten noch so was los ja laut obis oft kann ich so schnell nicht zwei debizite lobby hintereinander aufmachen ich muss jetzt noch zwei minuten warten er ist eine neue lobby aufmachen soll ich sonst machen oder warten wir ab naja ich mach die gleich auf warte los wir sind warten um die schlucht hat wieder irgendwie zu stören und auf dem account habe ich die spielen lassen auch ja wir haben ja ein zuschauer bei uns das ist wahrscheinlich robert mit seinem ipad glaube ich aber auch war robert und und hallo hallo ja aber jetzt habe ich so mal gucken es geht männer so wie es auf lässt mich die lobby erstellen es ist sensationell ich weiß gar nicht war noch in der dedizierten server eben drin wir drei ja aber obis oft hat mir gesagt ich muss fünf minuten warten bis ich eine neue dedizierte lobby aufmachen kann weil die vorherigen abgestürzt ist und hier ein lobby ohne zu spielen aufgemacht haben wählen muss ich jetzt nur einladen wer ist noch nicht drin jetzt hier max nicht sein können ausrasten dabei also da die drei du bist du bist auch so ein book kannst du erst mal ein book lesen ich in englisch trage robert das war bei black op 1 die hand geben wir haben mw2 gespielt lang lang ist ja bestimmt schon sechs jahre oder sonne spielen wir mw2 und wir waren im spiel weil wir haben immer einen suchen und zerstören gespielt und damals musste bei suchen und zerstören auch immer im spielschild sein das heißt du kannst gar nicht sein und wir hatten halt irgendeinen anderen einen in der party irgendein random ja der dann halt bei uns im spiel war und der hat irgendwie härteste musik gehört ich weiß nicht was für ein metal scheiß es ging auf jeden fall nicht mehr klar und irgendwann haut daniel einfach im spielschild raus schlief make the music silencer weil er halt nur von schalldämpfer silencer kettet von mw2 und da hat der eiskeit raus ich konnte tage lang nicht mehr schlafen deswegen magst du willst doch hallo ich bin bei robert im trupp aber nicht bei euch in der lobby ja das darfst du nicht machen das hat deluxe eben schon gemacht und jetzt hast du die party wieder hallo als ich die party gejoint bin ging es auf einmal gerade hat sich deine freundesanfrage aber ich bin jetzt rausgeflogen außer lobe jetzt dauert es wieder seid ihr noch in der lobby drin nein ich bin hier drauf ich bin drin kann ich einladen ja die ladung allein das ist so ein rock game ohne scheiß ich habe robert ich habe eiladung gerade angenommen da war ich bei ihm nur im trupp aber nicht in der lobby wundere ich mich wann startet er denn und im trupp aber ihr seid weg also wenn ihr nicht mit mir spielen wollt dann sagt mir das bitte aber du bist nirgendwo in der lobby du bist nicht in der lobby deluxe ich bin doch mein papa ich bin ohne trupp weil ich könnte auch noch mal einladen kommt vielleicht zu mir ich habe auch keinen trupp so jetzt bin ich raus ich lade dich ein max ich habe auch max eine einladung angenommen ich bin auch ohne truppe aber mehr hängt doch nicht der gegner auch gegner ist eine trim oder kann sich nur durch das ganze hin und her gewechselt das ganze hin und her gewechselt wird halt der gegner auch mal zum das denn für ein scheiß spiel geworden ohne scherz es geht gar nicht klar man so wie du möchtest wir haben alles theoretisch dabei bereich ist es auch nicht so wichtig hier unbedingt ein special dabei zu haben und wenn dazu als drittes dann auch noch daniel feucht wird ich muss ihn mal übertreiben audio penthouse ich habe eine cam im billiard stehen lass uns mal versuchen hinten beim aquarium die wand aufzumachen ja wenn wenn ihr aber ihr könnt trotzdem du und und deluxe ihr könnt trotzdem versuchen gibt zu bekommen dann mache ich einmal aquarium auf und versuchte zurückzukommen und da auch noch mal aufzumachen das hört sich gut an wir wollten hierbei was ist ein aqua hallo das ist zwischen zwischen kino und billiard kann es auch in diesen flur lang gehen und dieser ganze flur da ist aquarium ich weiß nicht ob das unten ist auch frei und den flur südlicher gang die schmerz alles frei alles frei bis da wollen wir dings einnehmen hier kommen wir habe ich den weg in der ecke in dem fenster rechts vom fenster ja auch einer hier auch einer waffe gesehen das ist doch bullshit sitzt da immer noch deluxe rechts das ist doch nicht so gut alles weggelaufen das macht doch noch eine zweite wand auf kommst du noch mal drüber auf die andere seite bin auf dem bin on my way markier mir direkt mit ja ich habe eine camfalt hier umlaufen wollen durchs loch ich mache auch eine dann brauche ich nicht oder nein kino ist leider schrank down art partei der smoke puls ah mein name alter sorry aber der ist direkt links von der wand deluxe direkt hinterm schrank auch ja smoke war bad schön schön alter ich hab da ein halbes magazin durchgeholt ey ohne chef auch das mit dem die ich guck mir das alles im stream später nochmal an ne guck ob ich gar nicht so schief gucke mhm deluxe ne der 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 in der ecke saß ne oder lag bei dir mhm ich hab ihm nade vor die füße geworfen der ist nicht gestorben ich werfe noch eine zweite hin er tötet mich und er stimmt immer noch nicht und dann bei dir noch zu viel geschluckt geben wir küche ja gut ähm du weißt die kesselwände weißt du Daniel ne bei äh zweimal sunrise einmal blue oder nein blue Tür Sunrise Tür und die andere da küche zum haupteingang ok äh können wir nur die die wände nach außen und die die beiden innen wände weißt du die zwischen den bomben die lassen wir bitte weg ist das ok robert weil dann können wir die noch zu äh sunrise zu machen hier ja ist ok dann haben wir die kesselwände und und die wände hier ja du kannst da eine ziehen denn bei den beiden ja oder so ist mir egal also eine wäre schon nicht schlecht ja ich ziehe dann eine ok dann brauche ich hier noch eine welche dann die rechte oder die linke dann brauche ich hier noch eine die beim kühlschrank oder welche robert ja die beim kühlschrank die ganze in der ecke quasi jo ähm diese waren vier kessel noch ne also hast du die twistdrohne ist down nein 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 komm hier hier ach gut ok eine war fehlt noch on-spot ich habe keine mehr ich habe eine markier einfach einmal mit ja hier ist markiert ist markiert ich komme direkt und mach die ja mach ich auf die treppe legen drei leute ruinen gespawnt ich hole nochmal ein stacheldraht weg hier ich habe schon ein stacheldraht auf die treppe oben auf glaube ich ging was auf gleich wahrscheinlich vor sunrise und vorm on-spot fenster ja die leute draußen am fenster zwei leute draußen fenster jetzt schon auch kommt ihr zum service eingang habe ich habe sie nicht was ist denn hier los was oben shisha Leute mir gefällt nicht dass hier vorne die küche kannst du mal die tür ping du hast die tür ping du hast die tür ping du hast die tür ping ey drun kein ein schuss ein schuss alter was er snack die bahn da ist noch twitch sunrise korridor könnte über da geht titel Fenster habe ich, wenn sie reinkommen. Sunrise, 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 auf den Ping, kommt, da vorne liegt. Schön. Ey, guck dir das mal an, später Björn im Stream, wie ich mit der Shotgun die Twitch-Drohne vergewaltige und sie einfach nicht stirbt. Ja, jubel, geht mal auf WhatsApp, ich schick euch mal an. Ich weiß nicht, was da los ist, ich hab fünf Kopf rausgeschossen. Du lecks hart, krass. Ist auch egal, wir führen 2-0, wir bringen das jetzt 5-0 nach Hause und dann ist... Ja, ja, klar, nur trotzdem, das war krass, also noch nicht mal die Schüsse auf die Drohnen connecten gar nicht. Ja, wenn ihr Bock habt, guckt euch das mal an. Max, deswegen ist auch dein Ping gerade so hoch, weil du ein Video geschickt hast. Immer aufzuschicken, wenn ich das rausfliegst. Hallo, da sind wir jetzt zwei Sekunden so. Ja, aber du lagst auch extrem. Nein, das geht wieder runter, die nächsten zwei Sekunden. Wenn wir nächste Runde hoch gehen, dürfte ich dann den Bandit spielen, weil das ist das einzige, wo ich weiß, wo ich die zwei Wände da ziehen muss, das Stacheldraht legen muss und Strom setzen muss. Oder gehen wir hier hin, wo die sind? Ach, das war ja Bombe, was wir da gemacht haben, ne? Egal. Erstmal ist der Angriff dran. Runde für Runde. Okay, ja, ja. Ich geb dir wieder Deckung, dafür nicht, dass keiner rauskommt. Ja, Shisha, der Pult ist drin. Auf Ping. Hat meine Drohne. Drohne weg. Habe ich glaube ich aufgesprengt, zu Billiard-Audio. Egal, hab ich. Ich hab genated. Immer noch drin. Er ist drin. Immer noch hier auf Ping. Auf Ping. Und er ist down. Okay, er ist rein. VIP ist safe. Ach, hier ist das CD da. Ja, ich hab's auch alles gehört. Vorsicht. Ja, ich hab die Tür in oben. Da ist einer irgendwo links. Mach den nach Stacheldraht weg, Deluxe. Pass auf. Nicht vor. Hier ist der Bandit. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bandit, Flur. Ich schieße einfach durch die Wand. Bandit ist, der ist nach unten gegangen. Richtung Küche. Der Hauptlobby. Auf Ping. Er ist Ping. War ich hinterher, oder? Ja. Ich hab nur... Wenn das macht doch bitte bei VIP-Lounge auf. Ganz in Ruhe, Männer. Ah, der guckt. Bandit hab ich. Hab den? Super. Oh, 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 oh. Sorry, ich hab noch 42. Oh, hier in den links, Fetcher. Hab die VIP. Jo, haben wir. Headshot weg. Einmal VIP. Und wieder zurück, ne? Wir müssen VIP irgendwie aufmachen. Ja, wir kommen. Ganz ruhig, ich drohe einmal schnell. Tino ist safe, hinterm Bett ist safe. Smoke steht vorm Bart auf jeden Fall. Mhm. Rook, Half-Life und Smoke wahrscheinlich auch. Hab ihn. Ja, Rook, 5 HP. 5 HP. Der war beim Bett eben. Push zu dritt rein. Haben wir die Rambi VIP auf? Ich bin drin, ich bin drin. Da liegt er. Okay. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wie der über den Kopf halben vorbeigeschossen ist. Sorry, ich habe den Smoke schon wieder zweimal in den Kopf geschossen. Ich habe dem Smoke auch richtig gegeben. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Das ist jetzt auch kein Hate oder so. Aber die Connection ist fast gar nicht klar. Habt ihr euch das Video schon angeguckt? Nee. Was soll ich denn jetzt spielen, Jungs? Lass uns mal Billiard mit Mira so spielen. Lass uns mal Billiard so spielen, wie wir Dings spielen. Wie wir es mit Bombe spielen. Also mit Mira. Ja. Ich brauche einen AVS im Dings, ne? Hinter der Bar Deluxe. Robert, das eine Mira-Fenster war an der Treppe, gell? Genau. Also, genau. Ping mir das dann kurz, weil das hast du ja letztes Mal gemacht. Ping mir das sofort. Ah, das ist einer von... Verstärken und ziehen. Genau. Und in der Hocke das setzen, ne? Musste noch nicht mal. So, dann kann man von den... Im stehen. Max, war rechte oder linke Seite auf? Rechte. Ne, warte, warte, warte. Ja. Shisha müsste doch noch Stacheldraht legen, bitte. Dritte Kabelwand kann kommen. Ich habe noch eine Wand, solche... Hat Mira einen C4 mit, zufällig? Ne, ich habe jetzt viel dabei, ich habe den noch Plains. Sie auch einen Mira-Fenster oder was? Ne, ne, brauchst du nicht. Also nur eins, okay. Warte, Max, ich mache größer. Er geht zu Mira auf die Treppe. Haben wir unten Stacheldraht schon an der Treppe? Zwei Stück, ja. Ja, zwei, ja. Hauptfenster auf. In Shisha erstmal drin. Ich gehe an die Treppe. Ich höre die Tür. Du musst mir dann Calls geben, Daniel. Mhm. So wie Flugzeug. Oh, die Tätschern hier. Recruit-Shield habe ich. Oh, darf man nicht? Mir darfst eigentlich gar keine Refoad mehr. AFK vielleicht. Außer die haben Zweiten. Fliegen an. Äh, Aquarium. Ich muss dann auch ein bisschen verschieben, weil sonst sehen die mich. Aber ich gehe nur so ein Stück hier hin. Oh, das hat schon klingelt. Ich muss jetzt mal aufmachen. Aber mach mal. Fenster, rechte Seite ist einer. Droh'n mich. Eine habe ich. Ich habe ein Aquarium gezogen. Einer ist Fenster, rechte Seite, ne? Ich habe unten die Treppe nicht mehr bei dir. Ne, ich höre das aber, wenn da jemand kommt. Wie kann ich verschieben? Hibana sind zwei Stück am Fenster. Zwei Stück. Die sind drin. Ah. Jetzt von oben. Guckt von oben, guckt von oben. Die andere hängt oben am Fenster. Ja. Müsste injured sein. Ja. Hier. Guck mal, ich lasse hier den sogar schon, ne? Da kriegt der ihn nicht mal. Hat den sogar injured. Aber gut. Schön, Jungs. Oh, einer bei denen ist noch raus, ne? Ja. Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Letzte Runde push? Ne, ne? Letzte Runde push? Ich push nicht. Obwohl, darf ich dann irgendwas nehmen, oder was? Nimm irgendwas und wir pushen einfach rein. Außer Rekrut rein. Alles außer Rekrut. Ne, sind mal Frage erst mal, wo die sind. Ja, den Blackbeard zu pushen. Das ist der Hammer. Du? Ja, das ist ja wirklich. Du hast ja mein Kapital genommen, mit dem ich die ganze Zeit gezeugt habe. Also, ich sag dir nur eins, bevor du losgelaufen bist, sind wir ja schon im Raum. Oh, das sagt ja keiner, das hat sich meine Absicht gekriegt. Setz am besten direkt dein Schild auf am Spawn, dann bist du schneller. Danke, das weiß ich auch, dass das nicht so ist, aber thank you for traveling, deutsche Bahn. Und leave me at the music, silence. No ticket, no ticket. No ticket, ich nicht deutsch. Ich lache, wir verlieren die Runde jetzt. Wo wollen wir denn rein? Über Dropper oder einfach über VIP rein? Ne, über Dropper ist geil. Aber du müsstest mit Stacheldraht vorher alles wegmachen, ne? Also, ich pushe immer über Lamborghini Lounge. Dann machen wir oder so. Ich hoffe, ich komme überhaupt rein. Ja, am besten nicht alle fünf gleiche Seite. Alle durch ein Fenster. Alle hintereinander beim On-Spot-Fenster rein sein, oder was? Ja, wo gehen wir denn jetzt rein? Das war immer noch nicht. Ja, sucht euch einen Weg. Ihr müsst eigentlich schon On-Spot sein. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ja, ich habe es nicht geschafft. Das ist immer von nice. Einer ist billig. Das ist immer noch kacke zum Puschen, ne? Ah. Wo war denn der Robert? Äh, vor Shisha irgendwo. Echt? Der Lix hat getrunken, der macht das. Ah, hier, vor Shisha. Shisha. 1,96 hat er. Schön. Alles klar. Das ist normal. Bestimmt hinterm Bett. Ach, ja. Hier ist ein Billion, ey. Ja, was macht denn der? Ja, der hat den da schon gesehen beim Pieten. Guck, zack. Ja, nein, ich meine der Mute im Gegner-Team. Schön, aber ne, Jungs. Guck mal. Das ist echt. Starker CW-Deluxe gemacht. Ja. Wie ist der Mann? Der Lix ist erst mal Asht melden. Und bei mal über 10. Das wird gemeldet. Sag mal, mein Freund, da kannst du dir sicher sein. Wie kriegt er nachher nach Bonuspunkte von Ubisoft? Alter, mit der Hibana, krass. Häftiger Shit. Schön, schön, Jungs. Damit geht der Stream aus. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Haut da rein. Tödelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.